Was haben wir hier denn neu? Das ist wahrscheinlich wegen der Schule hier. Hier ist eine Schule rechts. Und da haben sie jetzt so Stolperlinien, damit die Leute hier nicht so hoch beraten, wenn es Schulschluss ist. Alle guten, die sind es drei. Hier haben wir Oficina Empleo, sozusagen das Arbeitsamt. Wer arbeitslos ist, der muss sich hier erstmal melden. Ist sogar noch offen. Dahinter ist das Gemeindebüro. Da gibt es dann solche Sachen wie Certificado de Viaja. Wenn man geheiratet hat, muss man sich da melden, um die Unterlagen zu verändern. So, jetzt könnte ich das ja hier ausmachen. Und dann... ... ... ... ... ... ... ...